Musik Super, super, super. Ganz toll. Ich bin sehr zufrieden. Dankeschön. Also das ganze Programm und das, was wir da zu sehen bekommen, ist beeindruckend. Die Vorstellung, mit der ich gekommen bin, also nach China, war ganz anders und bin ich also ziemlich positiv überrascht, weil die ganzen Gebäude, das ganze ringsherum, was da entstanden ist, in so kurzer Zeit, war in meiner Vorstellung vor der Reise nicht da. Ja gut, das kann man sagen, also es ist riesengroß, also was man sich im Normalfall nicht so vorstellt, wie in der Realität. Sauberkeit, muss man auch nochmal sagen, hier habe ich nicht erwartet, dass es so gut ist hier erhalten. Und die Freundlichkeit von Leuten auch. Wir sind überall so angenehm und freundlich, angenommen was positive, ein Eindruck macht. Und das ist ein Eindruck, das ist ein Eindruck, das ist ein Eindruck. Ich liebe南京!